Willkommen zurück zum Hadeskampus 2 Wir machen jetzt den Platz Nummer 29 Ich wollte gerade sagen, um den Hadeskampus durchzuziehen Wir brauchen jetzt ein bisschen länger zu dauern Achso! Oh, das ist gut. Das war's für heute. Gut. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Ja. Können wir mal anschließen, wo die Gegner hat. Ein Kinderspiel. Ah, hier raus und ja. Okay. Okay, mein Panzer ist ein Panzer. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Ich bin ein Kinderspieler. Ich bin ein Kinderspieler. Ich bin ein Kinderspieler. Ich bin ein Kinderspieler. Weiter geht's. Platz und Not 2 zu einem Flanken. Ach ich bin ein Kinderspieler. 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 Geister hast du auch nicht gebrochen Leute, schon wie Schuttle heute Zum Glück ist es genauso schlimm wie Schuttle heute, die scheiß Geister Belüftigen Das ist interessant Oh, ich hase die durch, komm jetzt runter Meine Fresser Das war's Oh ja, jetzt kommt Trunach Kampelkaut, Leon Was ist das? Die Kampelkaut 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 Nein Nein Kampelkaut Das ist alles, was wir brauchen. Ah, das könnte ich verlieben. So ist es gar nicht. Ah, das ist alles. Ah, das ist ein Problem. Ah! 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 Das ist gut, hast du recht. Und was klingt jetzt schönes? Nicht schlecht, hm? Voll, da suche ich ja dröwen Herz. Kannst du mal leid ziehen? Oh, voll. Das war das Schlüsselschwert. Du sagst es so, das war das Schlüsselschwert. Meine Buller waren schon mal drei. Das war das Schlüsselschwert. Das war das Schlüsselschwert. Oh, shit! Was ist das? Das ist das Schlüsselschwert. Das ist das Schlüsselschwert. Das ist das Schlüsselschwert. Und für sich das Schlüsselschwert ist das Schlüsselschwert. Oh, Schoen! Oh, Schoen! Oh, Schoen! Gut. Gut. Los geht's! Los geht's! Gut. Ein Kinderspiel. Gut. 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 Nicht schlecht. Gut. Gut. Perfect. Gut. 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 Das war das Schlüsselschwert! Ich glaube, wir sind nicht dran, weil er ein bisschen gut ist. Es kommen noch zwei Posse. Oh, okay. Was wollen wir? Was wollen wir? Oh, ja! 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 Huh! Huh! Ja, machen wir erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann gleich im Lestort wieder, da wir die letzten Part des Hades Cup bestreiten werden. Bis gleich!